und herzlich willkommen zu einem neuen video nach langer zeit heute spielen wir mal wieder clash royale und ja heute machen wir ein paar live angriffe und testen und ich würde einfach mal mein aufnahmeprogramm testen und ein neues deck gemacht weil ich nicht gemacht habe ich mit von gegnern macht er mich ziemlich zerstört hat man hat das gelächtert und die mache ich raus doch den prinzen die eigentlich relativ gut wie ich mit den lager und angreifen kann oder auch nicht das muskelt hier hin weil das macht ein bisschen mehr schaden zerstört wie bei küre ein level 9 in was ist das schlecht macht hier ein level 9 ich war arena 8 und da sind nur level 9 aber hier ein level 9 zu haben ist ziemlich schlecht wenn er gewinnt kopiert sein deck auf gar keinen fall weil er spielt hier unten und hat anscheinend keine ahnung jetzt habe ich den hier gepläst kann ich einfach mal hier so müll setzen müll ist das jetzt gar nicht gut okay kommt mir klar sein tauch ist da oder auch nicht sehr gut gekontert als ob die feine waren so schlecht dann dann down und ich kann das ganze natürlich jetzt noch gewinnen und ich will auf jeden fall oder war das knapp geil gewonnen ich weiß nicht ob ich es schon gesagt habe aber morgen kommt dann ein opening wie man hier schon die liegt wie ich hier vor produziere die grondrohr schon am start riesentrohr goldrohr hier ist noch eine goldrohr von arena 8 ein beweis dass ich in arena 8 mal hier ist noch eine silbertrohr für arena 8 da will ich aber jetzt auch noch eine goldrohr hin dann hat noch die gratis tun dann läuft es eigentlich schon und ich würde mal sagen wir machen jetzt noch einen kleinen angriff oder ja bei vier minuten und drei sekunden ist das video schon das deck läuft eigentlich voll ist eigentlich ziemlich okay was ich nicht okay finde ist das magie kann ich mir ein leben und das finde ich jetzt auch nicht okay ja ist ja drei musketiere ziemlich stark habe ich gehört wo mein ursprünglich ein fischer gemacht handy ist mir aufhört wie zu vibrieren jetzt gleich aus so bin ich mir stimme gescheitert nein das habe ich gar nicht gesehen tut mir leid tut mir leid ist die drei musketiere in sein deck ja okay es habe ich mich eindeutig gemerkt ja von sie sind nämlich nächstes unnormal und hier holzfälle ist auch unnormal als ob er ist nicht selbst sie 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 wenn ich so geplant das hat das safe gewonnen Und so. Ich glaub's auch. Mir fühlt ein bisschen vom Schaden her. Ist gut. Ah ja, ich hab ja keinen Ton gekriegt. Faye. Na ja, ich würd mal sagen, das war's eigentlich schon mit dem Video. Wie komm ich jetzt noch zurück? So. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte einfach mal nach einer langen Zeit mal wieder ein Video hochbringen. Und ich kann euch auch gar nicht sagen, warum ich einfach kein Video gemacht hab. Ich sage mit daran, ich hatte irgendwie gar keinen Bock. Ich kam gar nicht auf die Idee. Und ja. Ich spiel jetzt demnächst via mehr Kess Royale auf meinem YouTube-Kanal. Opening ist ja jetzt nicht gerade der Fall. Aber sonst wird, glaub ich, alle schon ziemlich gut dabei sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, ob das Videoaufnahmeprogramm gut ist. und ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.